Willkommen zurück bei Fallout New Vegas und vor uns liegt der Hoover Staudamm. Ja Leute, wir haben es fast hingeschafft mit unserer Crew. Rex vorne ran, Raoul, Boone und Veronica. Hey. Und ja, wir müssen jetzt nur noch zum Hoover Staudamm gehen und starten mit... Hey, da unten ist ja noch was. Coole Sache. Okay, wie gesagt Leute, man entdeckt immer wieder Neues. Und dort werden wir gleich mal runter haschen. Huschen? Haschen, wie komme ich auf haschen? Huschen. Gott. Dort werden wir jetzt mal runter huschen. Und mal die Lage dort abchecken, was da los ist. Es gehört auf jeden Fall der RNK, so viel kann man schon mal sagen. Das erkennt man an der Fahne. Hier. Und mal gucken hier, was bei den Autos herumliegt. Und dann werden wir hier raufschauen, zu diesen Gebäuden. Anscheinend irgendein kleiner Vorposten hier. Okay, bei den Autos ist eigentlich nichts. Auch nichts. Drinnen. Nö. Womit haben wir es hier zu tun? Oh, es wird dunkel. Zack. Licht einschalten nicht vergessen. Ranger Station Delta. Okay. Wir haben jetzt Alpha, Delta, ich glaube Bravo und Charlie haben wir glaube ich auch, oder? Ist nicht irgendwo etwas, das hat bei den Ghoulen in der Nähe gewesen? War das nicht Charlie oder Bravo oder sowas? Bin mir nicht sicher. Muss ich dann nachher mal auf der Karte schauen. So, haben wir hier einen Verantwortlichen. Der nicht. Er müsste auf jeden Fall einen Namen haben. Entweder einen Vor- und Nachnamen. Der sieht doch mal nach einem NPC aus, mit dem wir quatschen können, oder? Wenn er hier nicht im Eck stehen würde. Sag mal. Haben sie was verbrauchen hier? Schlau von den Kings, dass sie sich zurückgezogen haben. Aber irgendwie... Sie hatten keine Ahnung, mit wem sie sich angelegt hatten. Irgendwie dieser Typ und dieser Typ dort unten sehen aus wie die Typen, die wir schon in der Folge oder Vorfolge davor angesprochen haben, bei einer anderen Station. Oh, na das ist mal was anderes. Eine rothaarige Frau. Ein bisschen sehr rot, oder? Also. Interessant. Na dann. Ich darf Zivilisten hier eigentlich nicht rumlaufen lassen. Ich hoffe, dass sie einen guten Grund haben, hier zu sein. Ähm, ja, das auf jeden Fall. Also ich muss zu Colonel Moore. Was machen sie hier? Ich bin für den Funk verantwortlich. Daher auch Kommunikationsoffizier. Ich wäre lieber auf Patrouille, da hier nicht wirklich viel los ist. Hm. Ich würde gerne mehr über den Ranger erfahren. Naja. Wenn es Ärger gibt, mit dem normale RNK-Soldaten nicht fertig werden, schicken sie einen Ranger. Problem gelöst. Wir sorgen außerdem dafür, dass die Grenzen der RNK sicher sind. Erkunden Bedrohungen, solche Sachen. Ja. Wie kann ich Ranger werden? Das kann sie mir leider Gottes nicht sagen. Sir. Okay. Nicht gut. Ja. Diese Dinge fasse ich hier lieber nicht an, denn sonst bekomme ich es mit der RNK zu tun. Woman of the North Korean Republic, oder? Every one of you who says is a slap across Caesar's face. Ten his height, ladies. Okay. Wir haben hier ein richtiges Familientreffen, der Ranger. Wird Zeit für die Familienfäde. Ja. Gut. Na dann, machen wir uns weiter auf den Weg. So. Der Huber-Statter müsste dann zur Linken sein. Klappern wir mal. Hallo? Oh, Ranger Payson. Machen Sie keine plötzlichen Bewegungen und wir kommen gut miteinander klar. Was wollen Sie? Ähm, was tun Sie denn hier draußen? Wir behalten den Fluss im Auge und halten Ausschau nach möglichen Querungen. Die Legion schickt gerne Infiltrationsteams in kleinen Booten rüber. Ich würde gerne mehr über die RNK-Ranger erfahren. Sie sind die Besten der Besten. Punkt. Mehr gibt es kaum zu sagen. Okay. Na gut. Ja. Na gut. Wir sehen uns. Ja. Ja. Wir sehen uns. Ja. Okay. Ganz bestimmt. Also ich weiß nicht, ob ich hier noch mal herkommen werde. Ähm. Gut. Ja. Jetzt müssen wir eigentlich schon fast da sein, oder? Und dann müssen wir oben irgendwo gehen. gehen. Ich glaube eigentlich fast nicht, oder? Also hat sich da was bewegt? Da vorne ist doch jetzt was, oder? Ist das ein Roboter? Hier. Doch, oder? Hallo. Bist du mein Freund? Oder Feind? Er hat ein Gehirn. Ein Roboter mit Gehirn. Roboter-Hirn heißt er. Okay. Hallo, Sir. Hallo? Kannst du auch mehr sagen als Hallo? 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 Ich würde dich gerne abknallen, aber ich weiß nicht, ob ich dann bei der RNK schlecht drauf bin. Mich würde interessieren, was der für Ersatzteile hat. So einen Roboter habe ich nämlich noch nie gesehen. Also ich könnte eines machen. Ich speichere jetzt mal. Junge. Ah, dann nehmen wir eine andere Waffe, oder? Dann nehmen wir die, die, die eine starke da, die wir letztes bekommen haben. Die Buschbüchse, oder? Buschbüchse. Hier. Okay. Ja. Tut mir leid, Freund. Ich weiß, du bist friedlich, aber deine Ersatzteile sind wertvoller. So. Kopf. Ei, 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 ei. Es tut mir leid. Okay. Okay. Bitte erschießt mich nicht, RNK, bitte. Aha. Was denn das? GBR M2KX Speicherchip. Ne, nehmen wir mit. Die Batterie auch. Das auch. Interessant. Vielleicht können wir das mal brauchen, oder? Ha. Also so einen Teil habe ich noch nie gesehen. Hier. Was kann man damit machen? Oder es ist einfach nur Schrott. Aber wir haben es. So, ein Fernglas. Nö, da haben wir nichts. Okay. Ich glaube, da unten. Ja. Ich glaube, unten sind wir jetzt eigentlich dann doch falsch, oder? Ja, klar. Ja. Mehr als falsch hier. Das heißt, wir müssen eigentlich da drauf. Okay. Kommen wir da irgendwie drauf? Oder? Okay. Ich glaube eigentlich fast nicht. Gut. Dann. Ja, dann müssen wir in einen Umweg gehen. Bitte, bitte, bitte. Spring. Hopp. Komm her. Ah. Ich will hier drauf. Jawohl. Und. Zack. Und. Yes. Okay. Okay. Na gut. Äh. Äh. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Der ist auf einmal explodiert hier. Ich. Äh. Bitte, Ranger Pason. Ich kann nichts dafür. Für. Nehmt er das überhaupt wahr? Okay. Gut. Ihm scheint das wohl nicht zu stören. So. Na gut. Dann müssen wir mal rechts rauf. Unten. Haben wir eigentlich kein Glück. Aber. Den musste ich doch töten, Leute. Oder? Ich meine. Weshalb sollte ich sonst hier runterkommen? Wenn der nicht da unten steht. Und quasi schon förmlich erschossen werden will. Ich meine. Der war so überfreundlich. Dieser Roboter. Hat einfach gesagt. Hallo Sir. Sonst nichts. Den muss man doch erschießen. So. Wie komme ich jetzt da wirklich rüber? Ich. Ich. Ich glaube fast gar nicht, dass ich hier eigentlich rüberkomme. Oder? Ich muss wahrscheinlich hier vorne irgendwo. Ähm. Sollten wir warten. Warten wir mal. Oder? Warten wir mal acht Stunden. Sonst seht ihr ja eigentlich überhaupt nichts. So. Und ich sollte. Ich sollte meine Steve-Benachrichtigungen. ausmachen. Das werde ich jetzt schnell machen. Ähm. So. Im Spiel. Hier. Okay. Wir haben Tag. Wie komme ich darüber? Na. Hier geht aber einen Umweg. Hier. So. Einfach nur mal hier. Oh. Da vorne, oder? Hier. Und unten noch etwas? Eigentlich nicht. Okay. Also. Hier geht dann quasi. Ja. Toll. Da hätte ich eigentlich gleich die Straße nehmen können. so. Jetzt nur nicht hier. Hier runterfallen. Oh. Da ist eigentlich hier nichts. Vorne geht jemand. Ich lade mal nach. Boah, ich weiß noch ganz genau, als ich hier für die Legion mein erstes Mal gespielt habe, habe ich dann direkt alle abgeknallt. So. Kampflos geben wir nicht auf. Darauf kann sich die Legion verlassen. Ja, das war mir klar. Jetzt, wo Haus tot ist, werden wir Vegas noch vor Ende des Jahres annektieren können. So, von mir aus. So, willkommen beim Hoover-Staudamm, Leute. Die Musik sagt schon alles. Gucken wir uns den Hoover-Staudamm mal an. Yeah. Wow. Wow. Also der ist schon, der ist schon gewaltig hier. Schon richtig hektisch, die Musik, oder? So. Gucken wir mal, was hier oben ist. Visitor Center. Na, da schauen wir mal hin. Ins Besucherzentrum. Dem kann ich nicht sprechen. Ebenfalls nicht. Darf ich die knacken? Ihr schaut sich erst mal hinauf. Oh, hallo. Oh, okay. Wir haben quasi eine Plattform. Na gut, die... Oh, wer bist denn du? Man sagt, dass sie sich Freunde auf dem Strip machen. Ja, das auf jeden Fall. Ich helfe gerne den Leuten. Ich habe zwar die van Graves umgebracht, aber ansonsten bin ich nicht mehr hilfreich. So, ich speichere jetzt mal Leute und knacke die Tür. Nein! Nein! Ich habe nicht 100. Das gibt es doch nicht. Habe ich nicht 100? Das will ich mir jetzt mal angucken. Oh no! Warum habe ich Minus? Ah, aber ich habe sicher ein Titrich und du. Jawohl. So. Jetzt aber. Sehr schwer. Ah. 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 Ha. Ich weiß nicht. Zigaretten. Kaffeekanne. Whisky. Schnaps. Wodka. Ach du liebes bisschen. Wohnt hier ein Säufer oder was? Äh. Rags. Türe schließen. Ja. Also Zigaretten und Alkohol. Was will man mehr? Was ist das? Das gibt es ja nicht, oder? Die ganze Arbeit jetzt nur für das? Na gut. Ähm. Ähm. Hier geht es runter. Okay. Da bin ich aber eigentlich eh richtig. Denn ich wäre eigentlich von... Ich glaube... Äh. Hier vorne reingekommen. So. Haben wir jetzt hier Typen, mit denen wir quatschen können? Engineer. NCR Trooper. Wer ist das hier? Engineer. Heavy Trooper. NC Trooper. Heavy Trooper. Okay. Und wir müssen... Hier rein. Powerplant 01. Aber das machen wir jetzt nicht. Das machen wir jetzt nicht. Ich will zuerst mal... Hier gibt es ja noch kleinere Räume. Stairs. Okay. Das sind einfach nur Stufen. Ja. Wurscht. Fahren wir mit dem. So. Okay. Das klingt schon alles so... So richtig hektisch. Oh ja. An diese Stellen kann ich mich hier noch ganz gut erinnern. Zumindest an die Gefechte, die ich hier... Äh. Hatte mit der RNK. Unzählige Male. Irgendwelche Gegner hier gekommen. Und ich muss nämlich da echt durchkämpfen. Ah. Aber da hatte ich dann ein schönes Gewehr. Irgendeine Büchse. Irgendeine... Panzerbüchse. Genau. Panzerbüchse ist die. Ähm. Okay. Da können wir eigentlich nichts machen. Dann gehen wir... ...nach links durch diese Tür hier. So. Und jetzt? Was sind wir eigentlich? Hä? Oh. Vermutlich geradeaus, oder? Nö. Hier. Ah. Da. Colonel Moore. Oh. Das ist eine Frau. Colonel Moore. Hallo. Ich wollte Sie schon länger mal treffen. Sie haben sich als besonders fähig erwiesen. Und momentan kann ich alle fähigen Leute brauchen, die ich kriegen kann. Crocker kriegt die ganzen Spaziergänge, die sonst keiner will. Wenn die Leute etwas wirklich Wichtiges erledigt haben wollen, dann kommen sie zu mir. Normalerweise schicke ich ein, zwei Ranger los, um so etwas zu erledigen. Aktuell fehlen uns aber die Leute. Sind Sie bereit für eine echte Mission? Ähm, ja klar. Da der Großteil meiner Männer sich derzeit mit der Legion beschäftigt, brauche ich jemanden, der sich um andere aktuelle Probleme kümmert. Machen wir uns nichts vor. Es steht eine Schlacht bevor. Und ich will sicherstellen, dass alle Risiken beseitigt sind, wenn es losgeht. Ein solches Risiko ist eine Bande namens Großkarne. Schon von Ihnen gehört? Oh ja. Die Großkarne, die kenne ich, ja. Man könnte sagen, dass ich bereits mit Ihnen Bekanntschaft gemacht habe. Ich habe eine Rechnung mit Ihnen zu begleichen. Vielleicht habe ich schon von Ihnen gehört. Helfen Sie mir auf die Sprünge. Nö, dann machen wir das Erste, oder? Dann muss ich Ihnen ja nicht erklären, dass Sie ein ziemliches Ärgernis sein können. Ihr Verhältnis zur RNK war schon immer eher lausig. Daher fürchte ich, dass Sie unseren Feinden beistehen könnten, wenn die Legion uns angreift. Außer natürlich, wir verhindern das. Sie sollen sie in Ihren Canyons im Westen besuchen und dafür sorgen, dass Sie keine Hilfe für die Legion sind. Für mich ist das nur eine weitere Raiderwande. Gehen Sie also entsprechend mit Ihnen um. Noch Fragen? Was ist, wenn ich herausfinde, dass sich Caesar anschließen sollen? Ich würde mich die RNK dabei unterstützen. Und wenn ich sie überzeugen kann, der Legion nicht beizutreten? Machen Sie sich nichts vor. Ich kenne diese Banden gut genug, um zu wissen, dass man ihnen nicht trauen kann. Sonst noch was? Was ist, wenn ich herausfinde, dass sie sich Caesar anschließen wollen? Dann müssen Sie dafür sorgen, dass dazu keiner mehr am Leben ist. Noch Fragen? Okay. Ich werde mich die RNK unterstützen. Ich kann Ihnen keine Truppen geben, aber Quartiermeister Bargen wurde bereits angewiesen, Sie auszurüsten. Ja. Sie müssen jedoch für alles bezahlen, was Sie nehmen. Wir können keine Ausrüstung verschenken. Noch weitere Fragen? Ja, das war ja klar. Nein? Gut. Ich freue mich auf Berichte Ihrer Fortschritte. Wegtreten. Wegtreten. Ja, das war klar. Leute umbringen. Keine Unterstützung bekommen. Ausrüstung muss ich mir selber kaufen. Hm. Okay. Und wo ist denn dieser Barton? Wo ist denn der? Jetzt will ich zumindest mal die Ausrüstung sehen, die ich haben, kann, haben, bekommen werde. So. Leute. Aber bevor es weitergeht. Wo bin ich denn hier jetzt? Oh Gott. Oh Gott. Was für ein Loch. Bevor es hier weitergeht. Packen wir ein Bäuschen und sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dann. Bis dann.